Yoga für Gesundheit Gerichtete Bewegungen Wenn du einige Stunden in einer horizontalen Position liegst, während dem Schlaf, sammeln sich die schmierenden Flüssigkeiten in den Gelenken an einem Punkt und zirkulieren nicht mehr. Deshalb verlangt der Körper, sobald du aufwachst, zuerst danach die Gelenke zu schmieren. Gerichtete Bewegungen sind ein einfacher Weg, dies zu tun. Außerdem werden so die Muskeln trainiert, ohne Verletzungsrisiko. Gelenke haben eine hohe Dichte an Energieknoten. Wenn du diese aktivierst, wird alles im System in Handlungsbereitschaft gebracht. Hier sind einige Empfehlungen, um die optimale Atmosphäre zu erzeugen und deine Wahrnehmung für die Übungen zu verbessern. Bitte schalte dein Handy auf Stumm oder schalte es aus. Es ist ratsam, die Übungen nicht mit einem vollen Magen zu machen oder direkt nach einer Mahlzeit. Bitte sitze mit der Wirbelsäule angenehm aufgerichtet, die Hände nicht verschränkt und mit den Handflächen nach oben. Diese Punkte werden dich vorbereiten, sodass du aufnahmefähiger bist und das Beste aus den Übungen herausholen kannst. Diese Übungen sind sicher und einfach und können von jedem ausgeübt werden. Die Übungen, die wir herlernen, können von jedem ab dem siebten Lebensjahr praktiziert werden. Falls du eine Brille trägst, lege sie während den Yoga-Übungen bitte zur Seite. Jetzt werden wir den ersten Teil von Upa-Yoga lernen. Die gerichtete Bewegung der Arme. Wir werden diese Übungen in vier unterschiedliche Richtungen machen. Er wird die erste Richtung vormachen. Bitte schaut zu. Und es geht so. Stehe mit den Füßen angenehm auseinander und parallel zueinander. Augen geschlossen. Während du einatmest, bringe die Hände direkt vor deine Schultern. Das ist die Anfangsposition. Die erste Richtung ist seitwärts. Während du ausatmest, strecke die Arme zur Seite aus. Die Handgelenke kreisen nach außen. Wenn deine Arme ganz ausgestreckt sind, atme ein und bringe sie wieder nach innen. Jetzt kreisen die Handgelenke nach innen. Das ist eine Runde. Du machst es dreimal. Es kreisen nicht nur die Handgelenke. Die Hände öffnen und schließen sich auch dabei. Alle Muskeln sind angespannt. So als ob du etwas drückst. Wie einen Schraubenzieher. Erzeuge so viel Spannung wie möglich in den Arm, ohne dabei den Rest des Körpers anzuspannen. Wenn du deine Arme ausstreckst, kreisen die Handgelenke immer nach außen mit einer Ausatmung. Wenn du deine Arme nach innen bringst, kreisen deine Handgelenke immer nach innen mit einer Einatmung. Jetzt machen wir drei Runden zusammen. Du kannst aufstehen. Achte darauf, dass du um dich herum genug Platz hast. Stehe mit den Füßen angenehm auseinander und parallel zueinander, Augen geschlossen. Während du einatmest, bringe die Hände direkt vor deine Schultern. Das ist die Anfangsposition. Während du ausatmest, strecke die Arme zur Seite aus. Die Handgelenke kreisen nach außen. Wenn deine Arme ganz ausgestreckt sind, atme ein und bringe sie wieder nach innen. Jetzt kreisen die Handgelenke nach innen. Das ist eine Runde. Wir machen das noch zweimal. Zweite Runde. Es kreisen nicht nur die Handgelenke. Die Hände öffnen und schließen sich auch dabei. Erzeuge so viel Spannung wie möglich in den Armen, ohne dabei den Rest des Körpers anzuspannen. Dritte Runde. Wenn du deine Arme ausstreckst, kreisen deine Handgelenke immer nach außen mit einer Ausatmung. Wenn du deine Arme nach innen bringst, kreisen deine Handgelenke immer nach innen mit einer Einatmung. Wenn du fertig bist, kannst du dich entspannen und wieder hinsetzen. Wir sehen uns nun einige allgemeine Verbesserungen an, auf die du während der Übung achten kannst. Um es nochmal klarzustellen, wenn die Arme ausgestreckt werden, drehen sich die Handgelenke immer nach außen. Das ist Außendrehung. Du kannst es ausprobieren. Wenn deine Arme nach innen kommen, drehen sich die Handgelenke immer nach innen. Das ist Innendrehung. Mache es nicht schnell und locker mit wenig Spannung. Mache es langsam und spanne die Arme so stark an, wie du kannst. Die Anspannung sollte aber nicht auf den Rest des Körpers übertragen werden. Der restliche Körper bleibt locker und entspannt. Wir haben nun gesehen, wie man eine Richtung der Übung macht. Jetzt werden wir alle vier Richtungen sehen. Bitte schaut zu. Anfangsposition. Hände direkt vor den Schultern. Augen geschlossen. Die erste Richtung ist seitwärts. Während du ausatmest, strecke die Arme seitwärts aus mit der Außendrehung der Handgelenke. Mit einer Einatmung bringst du sie zurück nach innen mit der Innendrehung der Handgelenke. Achtet darauf, dass sich die Handgelenke immer genau auf einer Linie mit den Schultern bewegen. Das ist eine Runde, das würdest du dreimal machen. Die zweite Richtung ist vorwärts. Mit der Außendrehung streckst du die Arme vorwärts aus. Die Handgelenke drehen sich nach außen. Sobald die Arme ganz ausgestreckt sind, bringst du sie mit einer Einatmung zurück. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Achte darauf, so viel Spannung zu erzeugen, wie du kannst. Das ist eine Runde. Du würdest das dreimal machen. Die dritte Richtung ist nach oben. Mit der Ausatmung streckst du die Arme nach oben aus. Die Handgelenke drehen sich nach außen. Mit einer Einatmung bringst du sie wieder nach unten. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Das ist eine Runde. Du würdest das dreimal machen. Die vierte Richtung ist nach unten. Mit der Ausatmung streckst du die Arme nach unten. Die Handgelenke drehen sich dabei nach außen. Mit einer Einatmung bringst du die Arme nach oben. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Das ist eine Runde. Du würdest das dreimal machen. Wir machen nun drei Runden zusammen in alle vier Richtungen. Du kannst aufstehen. Anfangsposition. Füße angenehm auseinander. Achte darauf, dass sie parallel zueinander sind. Hände direkt vor den Schultern. Der Kopf ist gerade. Augen geschlossen. Die erste Richtung ist seitwärts. Während du ausatmest, strecke die Arme seitwärts aus. Mit einer Außenbewegung der Handgelenke. Mit der Einatmung bringst du sie zurück nach innen mit einer Innendrehung der Handgelenke. Zweite Runde. Während du ausatmest, strecke die Arme aus. Achte darauf, dass die Arme genau auf einer Linie mit den Schultern sind. Mit der Einatmung bringst du sie zurück. Dritte Runde. Es ist eine volle Ausatmung, während du die Arme ausstreckst. Und eine volle Einatmung, während du sie zurückbringst. Sobald du wieder die Anfangsposition erreicht hast, wechsle die Richtung. Die zweite Richtung ist vorwärts. Mit der Ausatmung streckst du die Arme vorwärts aus. Die Handgelenke drehen sich nach außen. Sobald die Arme ganz ausgestreckt sind, bringst du sie mit einer Einatmung zurück. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Zweite Runde. Achte darauf, so viel Spannung zu erzeugen, wie du kannst. Dritte Runde. Die Hände sollten sich mit der Drehung öffnen und schließen. Wenn sie sich öffnen, sollten alle fünf Finger gespreizt sein. Die dritte Richtung geht nach oben. Mit der Ausatmung streckst du die Arme nach oben. Die Handgelenke drehen sich nach außen. Mit einer Einatmung bringst du sie wieder nach unten. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Zweite Runde. Die Hände sollten sich genau auf einer Linie mit den Schultern bewegen. Dritte Runde. Mache es nicht schnell, mach es langsam und aufmerksam. Die vierte Richtung ist nach unten. Mit der Ausatmung streckst du die Arme nach unten. Die Handgelenke drehen sich nach außen. Mit einer Einatmung bringst du die Arme nach oben. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Zweite Runde. Die Arme sollten sich genau auf einer Linie mit den Schultern bewegen. Direkt neben dem Körper. Wenn du fertig bist, kannst du die Arme wieder entspannen und dich hinsetzen. Dieσenzettelbe Hipsee Die Arme Die Arme Untertitelung des ZDF, 2020